Wenn wer die Million verdient hat, dann bin ich das. Es ist einfach so geil, wie man es sich einfach vorstellt. Die Million ist jetzt nichts Besonderes. Ich bin ja Top-Manager und dementsprechend logisch, dass ich Millionär bin. Ich habe die Million jetzt in Fonds gelegt und werde da definitiv mehr draus machen. Also in ein paar Jahren fragt ihr mich nach einmal, dann steht dort nicht eine Million, sondern zehn Millionen. Ich habe zwar schon letztes viel Geld gehabt, also schon so über eine Million. Aber ich habe mir gedacht, brauche ich es wirklich und ich brauche es nicht wirklich. Ich habe mir gedacht, es ist viel gescheiter, wenn ich es einfach wirklich spende, alles. Ja, ich habe mit der Million jetzt super reingestartet. Ich habe mich überall informiert, habe einen Teil in Bitcoins investiert, einen Teil in Aktien, einen Teil in Fonds, einen Teil in Immobilien. Habe auch selbst in mich investiert, damit mein persönliches Wachstum angeregt wird, damit ich in Zukunft noch mehr damit verdienen kann. Also ich finde es sehr cool und ich gehe sehr gut mit dem Geld um, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, also natürlich, wir brauchen eh gar nicht lange reden. Weltreise steht natürlich am obersten Bucketlist. Also die Weltreise selbst ist Bucketlist ganz oben. Und ganz klar starte ich da jetzt gleich mal ein mit einer riesigen Weltreise, wo ich echt einmal eine Zeit weg sein werde. Ja, ich bin jetzt zwar Millionär, aber ganz ehrlich, ich verstehe das nicht, wieso die ganze Versteuerung so teuer ist. Die ganzen Steuern von Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, die ganzen Paragraphen, ich habe mir alles durchgelesen und ich verstehe es einfach nicht. Also normalerweise müsste ich da wirklich rein spazieren und einmal sagen, liebe Herrkollegen, Fraukollegin, das geht so nicht. Ich bin Millionär und habe so viel abgegeben, weil wenn wäre der Millionär jetzt nicht ich, sondern der Staat. Und ich würde da gerne wen finden, den ich wirklich hernehmen kann, mit dem ich darüber rede. Weil ich will da einfach einen Partner haben, das geht so nicht weiter. Also bitte, wenn ihr da wirklich irgendwen kennt, mit dem ich debattieren kann, schickt mir seine Nummer, ich rufe ihn sofort an. Ja, ich schwöre es euch, es ist einfach so geil, wie man es sich einfach vorstellt. Kohle, Ende nie. Ich habe mir natürlich gleich einmal mein Traumauto gekauft, ein richtig fetter Audi RS6. Ich werde da natürlich auch noch ein bisschen was machen. Ich brauche mir eh nicht weiter reden. Mega nice. Ich werde einfach mal ein bisschen gönnen, ein bisschen investieren. Einfach mal, ja, the good life. Ja, also ich habe die letzten 35 Jahre ja ganz genau auskalkuliert, wie viele Minuten ich jeden Tag arbeiten muss und wie viel ich nach der Steuer auf Seite legen muss, bei welchem Prozentteil des Fonds, damit das rauskommt. Und jetzt bin ich Millionär, so mache ich das auch weiter. Ich muss sagen, die Million bringt mir jetzt schon was. Also ich werde jetzt auf alle Fälle mal weg von der Bürokratie. Die steht mir nämlich eh schon an und bis über den Häus. Und deswegen werde ich in ein paar Neugenäer wohin starten, so expeditionsmäßig. Mal schauen, was passiert direkt in den Dschungel. Und vielleicht entdecke ich dort eine neue Spezies, vielleicht kann ich Bahlen. No risk, no fun. Naja, die Million ist jetzt nichts Besonderes. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso die Menschen mir die ganze Zeit fragen. Ich meine, bitte beleidigt es mein Intellekt nicht, weil mein Intellekt kann man in Geld gar nicht messen. Und mich als Millionär abzuschreiben, wäre absolute Beleidigung. Also ich lege da keinen Wert und mein Intellekt ist viel mehr wert. Ja, also ich ergreife einfach die Initiative, stelle ein Charity-Projekt auf, um wirklich was zurückzugeben. Die Einnahmen gehen natürlich alle für einen guten Zweck hinaus. Und ich freue mich einfach wirklich auf ein cooles Fest, wozu alle zusammenkommen. Und das wirklich gemeinsam für den guten Zweck. Ja, ist natürlich super, die Million. Also ich habe mich sehr gefreut, wie ich erfahren habe, dass ich Millionär bin. Und ich werde meinen Kindern jetzt Privatuniversitäten ermöglichen, wenn sie das wollen. Ich zahle mir, meinen Freunden, meiner Familie einen super Urlaub. Also ist echt cool. Können wir alle gut essen gehen. Brauche ich nicht mehr auf den Preis schauen. Das fühlt sich einfach schön an. Ich muss ehrlich sagen, WLAN-Verbindung, Internet-Verbindung ist was, das nervt mich wirklich schon seit Jahren. Ich kriege da nicht wirklich großartig was zusammen. 150 Mbit ist mir einfach zu wenig. Bastelt zwar schon an einen Satelliten, aber jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, mit der finanziellen Unterstützung, dass ich einfach den Satelliten ins Weltall schierse, damit ich wirklich weltweit eine super, mega gute Internet-Verbindung habe. Man fragt mich immer wegen der Million. Und ganz ehrlich, wenn wer die Million verdient hat, dann bin ich das. Weil wenn es wer schafft, dann ich. Ich habe es auch bewiesen. Und ich sage es euch ehrlich, das Ziel hätte schon vor zehn Jahren erreicht werden sollen. Und mich wundert es auch nicht, wenn andere Commander bereits mit fünf Jahren Millionär waren. Ich weiß nicht, ich bin Millionär. Ah, ja. Stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat für mich einfach nicht so die Wertigkeit. Weil ich spare es einfach mal und es macht auch meine Frau hauptsächlich die Finanzen. Und genau, das passt. Ja, also ich bin jetzt Millionär und ich freue mich so. Es ist wirklich ein cooles Gefühl. Und ich habe all meinen Kindern so ein schönes, praktisches Auto gekauft. Also ich glaube, Fiat Multiple heißt das Auto. Ist super. Ich habe auch ein Viertelmillion an meine Firma gespendet. Der Chef hat gemeint, er würde gerne mehr Umsatz machen und die Kollegen jammern alle, dass sie gerne mehr Lohn hätten. Ich habe mir gedacht, nachdem ich die Million habe, teile ich das auf. Ein andere Viertelmillion habe ich hergenommen, an meine Kinder geben, dass die damit was machen. Ein andere Viertelmillion habe ich gespendet und die restliche Viertelmillion lege ich für meine Freunde auf die Seite, falls die ja mal was brauchen. Hey Leute, Ibiza ist am Start. Mehr brauche ich da eh nicht dazu sagen. Ich habe mir für die nächsten Wochen bzw. Monate eine richtig nice Crip einfach gegönnt. Ich habe noch ein bisschen ein Budget. Das wird aufgewendet für den David Gatter einmal an einen Abend richtig fett sprühen. Die sind jetzt alle eingeladen, will ich nochmal sagen. Du auch, du auch. Wir sehen uns. Und das wird einfach nur mega.